Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Heute befinden wir uns wieder im schönen Atheum. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, ist das hier oben bei der Gilde. Da gehen wir jetzt auch direkt mal rein. Und müssen dann einmal geradeaus hin. Ja, aber nicht jetzt. Danke für eure schnelle Wiederkehr. Bevor wir uns anderen Dingen zuwenden, erzählt mir doch bitte erst von eurer Suche nach den Turmwächtern. Weil Seren schilderte mir zwar die Ereignisse im Kolleg der Zapyachin nach ihrer Rückkehr mit Leiten, aber ich würde gerne euren Bericht hören. Einer der Wächter steht unter dem Schutz von Rasundar. Der andere wurde von Mephala erschlagen. Mephala. Verflucht sei ihr Name. Gemeinsam mit Glavicus Vile und Nocturnal hat sie Leiten korrumpiert und bedroht nun ganz Nirren. Aber die Zapyachen haben kein paar eingestimmte Schlüsselträger mehr. Mephala hatte den goldenen Ritter in ihr Reich verschleppt, aber er hat diesen Edelstein fallen gelassen. Dieser goldene Ritter ist einer von Meridias Champions, glaube ich. Anscheinend will uns diese eine der edrische Fürsten helfen. Der Edelstein ist der Dämmerstein aus dem Schwert Dämmerbrecher. Aber warum hat sie den Ritter gefangen genommen? Was führen die Fürsten im Schilde? Aus dem Dämmerbrecher. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat doch der... War das der Aleidenkönig? Einer von denen von der Truppe hat doch den Dämmerbrecher, meine ich zumindest, geführt beim großen Kampf. Ihr meintet, der Zugang zum Kristallturm wäre jetzt erschwert? Hm? Oh ja. Ohne die beiden eingestimmten Turmwächter können die Zapyachen die Diamantenschlüssel nicht benutzen, um den Weg in den Turm zu öffnen. Der Einstimmungsvorgang braucht in der Regel ein Jahr und einen Tag. Und ich habe keine Ahnung, ob er sich beschleunigen lässt. Ja, wer Meridia ist, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht extra zu fragen, weil mit der haben wir ja doch irgendwo eine recht lange Quest in Kalthafen gehabt. Sprechen wir über die Angelegenheit, deretwegen ihr mich gerufen habt. Es geht um meine fehlenden Erinnerungen. Mir ist ein wichtiges Detail wieder eingefallen, das ich euch zeigen muss. Lasst mich euch fürs Erste für eure bisherigen Mühen entlohnen. Ich weiß eure Hilfe bei all dem sehr zu schätzen. Ja, und wir haben ein robustes Oberteil bekommen von Wildheit des Greifen. In eurer Abwesenheit bin ich mithilfe von Hellsichtzaubern meine eigenen Erinnerungen durchgegangen, um nach den fehlenden Ereignissen zu suchen, die mir wieder ins Gedächtnis rufen werden, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habe. Ich glaube, ich bin dabei auf etwas Relevantes gestoßen. Erinnert ihr euch, wo ihr das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habt? Nicht genau. Beim magischen Betrachten meiner Erinnerungen konnte ich nur halb geformte Gedanken und zersplitterte Erinnerungen sehen. Ich sah mich selbst in der Traumhöhle unter dem Turm Sephora und ich hielt das Herz des durchschaubaren Gesetzes in den Händen. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnern könnt. Ich öffnete ein Portal, aber ich weiß nicht mehr, wohin es führte. Etwas verbirgt absichtlich das Ziel vor meinem Blick. Ich betrete das Portal und Zeit vergeht. Danach bin ich wieder in der Höhle und das Herz ist weg. Werdet ihr mich in die Traumhöhle begleiten? Ich treffe euch in der Traumhöhle. Die Antwort auf die Frage, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes verborgen habe, liegt in der Traumhöhle. Oder genauer gesagt, jenseits des Portals, das ich geöffnet und passiert habe. Doch da wiederum liegt das Problem. Es ist am besten, wenn ich euch das zeige. Ich treffe mich in der Höhle unter diesem Turm. Erzählt mir mehr über die Traumhöhle. Die Traumhöhle liegt unter dem Turm Sephora, wo die verschiedenen Fäden der Magiker und anderer Energien zusammenlaufen und sich sammeln wie Wasser, das eine Kette herabrinnt. Ausgebildete Psychiker können diese Energie nutzen, um Portale zu anderen Orten im Vergessen zu öffnen. Oder jenseits davon. Ihr habt also ein Portal in ein Reich des Vergessens geöffnet? Vielleicht. Es will mir nicht mehr einfallen. Wenn mein Hellsicht-Zauber nicht erfolgreich gewesen wäre, könnte ich mir nicht einmal diese recht unbedeutende Erinnerung ins Gedächtnis rufen. Es gibt noch mehr zu erklären, aber mir fehlen einfach die Worte. Ich zeige euch, was ich meine, sobald wir hinunter in die Traumhöhle gehen. Was war das für eine Projektion, die ihr betrachtet habt? Nur das Ergebnis meines Hellsicht-Zaubers. Er erlaubt mir, Bilder aus meinem Geist heraus zu projizieren, um sie näher untersuchen und Details finden zu können, die mir in der Erinnerung entgangen sind. Ich habe mir diesen speziellen Abschnitt immer wieder angesehen. In ihm bringe ich das Herz in die Höhle. So habt ihr euch daran erinnert, dass ihr die Traumhöhle verwendet habt, um das Herz zu bergen? Wo ist Valsiren jetzt? Aber es ist verständlich. Es ist ja ihr Mann, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist zwischen Valsiren und Leighton vorgefallen? Es steht mir nicht zu, das zu erzählen. Sie stiegen gemeinsam durch die Ränge unseres Ordens auf, verliebten sich, hatten ein Kind. Der Rest ist zu persönlich. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Leighton uns verraten würde. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Traumhöhle. Und diesmal können wir was mitnehmen. Haha, die britonische Fleischwurst. So, jetzt muss ich nur mal gucken. Wir müssen da hinten hin. Also sprich wieder hoch. Und einmal hier komplett runter. Übrigens, diese Kugeln, die hier überall rumfliegen, die könnt ihr euch auch kaufen im Spiel. Beziehungsweise selber herstellen, glaube ich sogar. Willkommen in der Traumhöhle, wo wir Pfade zu anderen Reichen öffnen. Dieser spezielle Pfad wird durch daedrische Magie versperrt. Aber ich habe eine Idee. Holt den Dämmerstern Edelstein heraus und haltet ihn an die Barriere. Genau wie ich vermutete. Die Barriere, sie weicht vor den Dämmerstern zurück. Mhm. Der Edelstein des Dämmerbrechers mag zwar ein Teil von Meridias Macht bergen, doch für sich allein genommen ist er nicht stark genug, um diese Barriere zu beseitigen. Wir müssen das Schwert Dämmerbrecher finden und es wieder instand setzen. Aber das Schwert und der Golden Ritter, sie wurden in Mephalas Reich gerissen. Wir wissen, dass mindestens ein daedrische Fürst versucht hat, uns gegen die Triade von Wile, Mephala und Nocturnal zu helfen. Ich glaube, es ist an der Zeit, sich an Meridia zu wenden und ihre Hilfe bei dieser Unternehmung zu gewinnen. Wie nehmen wir Kontakt zu einer daedrischen Fürstin auf? Wir müssen einen wahren Gläubigen finden, einen von Meridias Kultisten. Wenn jemand uns auf daedrische Umtriebe auf Sommersend verweisen kann, dann ist es Leighton. Sprecht mit Leighton. Versucht ihn zu überzeugen, uns bei der Suche nach Priestern Meridias zu helfen. Warum können wir nicht die Traumhöhle verwenden, um Meridia zu kontaktieren? Wie wir gesehen haben, mischte sich die Triade von daedrischen Prinzen ein, als der Goldene Ritter uns erreichen wollte. Würde ich versuchen, die Traumhöhle zu benutzen, um Meridia zu kontaktieren, stünden die Chancen gut, dass sie uns bemerken und aufhalten. Wir dürfen noch nicht offenbaren, welche Karten wir auf der Hand haben. Und diese Barriere verhindert sowieso den Zugang zum Portal, richtig? Diese Barriere versperrt nicht alle möglichen Wege. Nur den einen, den ich in meiner wiederhergestellten Erinnerung gesehen habe. Jenen Weg, der dorthin führt, wo ich das Herz des durchschaubaren Gesetzes versteckt habe. Wenn Kethoras Magie weiter verblasst, hoffe ich, dass meine Erinnerungen im Lauf der Zeit wieder zurückkehren. Was ist mit den anderen Seekrecken? Kann die Kluftkabale Kethoras Magie irgendwie ersetzen? Ich glaube nicht. Jedes Mitglied der Kabale hat ein einzigartiges Talent. Kethora war für die Geistesmagie verantwortlich. Als ihr ihn getötet habt, ging diese Magie der Kabale verloren. Nein, jetzt müssen wir uns mit der Triade von Daedrischen Fürsten auseinandersetzen. Wo kann ich Laethen finden? So wie ihr darauf eingestimmt wurdet, Arteum betreten und verlassen zu können, haben wir die gleiche Magie verwendet, um Laethen an der Flucht von der Insel zu hindern. Er kann sich frei bewegen, aber er kann die Insel nicht verlassen. Ich glaube, er ist draußen und spricht mit Valsiren. Glaubt ihr wirklich, dass Laethen uns helfen wird? Laethen war ein guter Mann. Ich muss einfach glauben, dass er das immer noch ist, auch wenn er Mephala und dem Hof des Aufruhrs die Treue geschworen hat. Außerdem müssen wir Kontakt zu Meridia aufnehmen. Er ist unsere beste Chance, einen ihrer Priester zu erreichen. Ähm, ja gut, das können wir nochmal fragen. Helft mein Gedächtnis auf die Sprünge? Was ist die Triade von Daedrischen Fürsten? Klavikus Vile, Mephala und Nocturnal haben sich zusammengetan, um Niren zu bedrohen. Es scheint ihr Endziel zu sein, die Herrschaft über den Kristallturm zu erlangen. Warum genau, wissen wir allerdings nicht. Laethen gehört dem Hof des Aufruhrs an ihren sterblichen Dienern. Okay. Das nur nochmal so als kleine Erinnerung. Ich meine, das mit Meridia, das sollte eigentlich klar sein, weil das eine ziemlich lange Questreihe war. Wo sie dann auch immer wieder mitgemischt hat, sozusagen. So, die beiden müssten sich hier hinten, war das hier? Ne, doch nicht hier. Dann war das am Ende da. Also am Ende der Questreihe. Hm, dann müssen wir... Jetzt habe ich gerade gedacht, was ist das für ein Viech? War das nur der vom Hüter, okay. Äh, da hinten sind sie doch, oder? Ich hatte nie vor, hierher zurückzukehren. Die Erinnerungen sind... schmerzhaft. Unfassbar, dass ich dich suchen und hierher zurückschleifen musste. War unsere gemeinsame Zeit so schrecklich? Du begreifst immer noch nicht. Unsere Tochter wird dies alles nie wieder sehen. Oder meine Hand halten. Ich schätze kein Gefangener darf erwarten, dass man ihn ein paar Augenblicke allein mit seinen Gedanken lässt. Ach, nun gut. Also, was kann ich für euch tun? Hat der Ritenmeister euch geschickt, um mich zu verhören? Vertraut er den Talenten meiner Frau nicht mehr in solchen Dingen? Gibt es einen Meridia-Kult auf Sommersend? Was für eine seltsame Frage. Glaubt ihr tatsächlich, dass alle daedrischen Kultisten einander kennen? Da muss ich euch leider enttäuschen. Tun wir nicht. Aber ich kann euch sagen, dass es jetzt wesentlich weniger Anhänger der Fürstin des Lebens gibt, als früher. Was meint ihr damit? Ganz einfach. Der Hof des Aufruhrs hat die Konkurrenz fleißig ausgeschaltet. Oh, persönlich war ich daran nicht beteiligt, aber... Ich habe mir sagen lassen, dass der Schrein Meridias, der irgendwo im Norden von Schimmerheim versteckt liegt, vernichtet wurde. Der Hof des Aufruhrs hat alle Anhänger Meridias auf Sommersend getötet? Alle? Wer kann das schon sagen? Ich vermute mal, dass einer oder zwei sich in ein tiefes Loch verkrochen haben, bevor das Licht ausging. Wir raten, sind ihre Anhänger. Ich glaube, ich habe alles zu diesem Thema gesagt, was ich sagen werde. Jetzt verzieht euch! Ich schätze, ich sollte mich im Norden von Schimmerheim umschauen. Das klingt, als würde man einer Nixadin nachjagen. Erwähnte Rasumdar nicht, dass er daedrischen Kulten auf Sommersend nachgeht? Ihr solltet mit ihm sprechen. Und mit dir. Rasumdar hat daedrisches Treiben in ganz Sommersend untersucht. Er ist eure beste Chance darauf, einen Anhänger Meridias zu finden. Trotz der Andeutungen, die Leighton gemacht hat. Wisst ihr, wo Rasumdar ist? Als wir das letzte Mal nachgeschaut haben, war das Auge der Königin in Schimmerheim, wo es seine eigene Untersuchung in Sachen Hof des Aufruhrs und andere daedrische Umtriebe anstellte. Wenn irgendwer auf Sommersend euch den Weg zu einem Priester von Meridia zeigen kann, dann ist es Rasumdar. Okay, vielen Dank für diesen Hinweis. Wir reisen jetzt ganz schnell zurück nach Schimmerheim und fragen ihn mal selber. Bis gleich. So, Frage ist nur, wo ist er jetzt genau? Oh Leute, ganz ehrlich. Man kann da nicht vernünftig durchreiten und dann bleibt man wieder an irgendeinem Idioten hängen, der der Wache hält. Ähm, irgendwo hier ums Eck. Wenn das Auge der Königin seinem eigenen Schwanz nachjagen will, ist mir das recht. Dann hält er sich aus unseren Angelegenheiten raus. Weg von diesem Gekritzel, Neuankömmling. Atmet mal tief durch. Es ist nur Gekritzel, keine von Rasumdars Verschwörungen. Hm. Aber sieht mir so ein bisschen nach einem Wolf aus. Ich meine, vielleicht auch ein bisschen nach einem Fuchs von der Art, wie es gezeichnet ist, aber irgendwie so ein bisschen nach einem Wolf. Das passt ja zu unseren hungrigen Wölfen. Also zu meiner Gilde. Nur ein Angehöriger eines minderen Volkes würde eine schöne Wand derart verschandeln. Ich will euch nicht kränken, doch meine Aussage bleibt trotzdem wahr. Rasumdar behauptet, dieses Gekritzel würde irgendeine Botschaft enthalten, aber das kann ich einfach nicht erkennen. Wisst ihr, wo ich Rasumdar finden kann? Hm. Die Katze erwähnte, dass er mit einem Neuankömmling zusammenarbeitet. Aber wenn ihr mich nach Dädra fragt, werfe ich euch in ein Loch. Wie ich schon Rasumdar sagte, wurden dädrische Kulte schon vor Jahrhunderten von Sommers entverbannt. Unser größtes Problem gerade sind diese Kritzeleien an den Wänden. Ich habe kein Geld, um so viel zu bezahlen, Mann. Ich werde jemanden bezahlen, um das hier sauber zu machen, wenn ihr mir sagt, wo ich Ras finden kann. Nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Ich bin doch pleite. Ist das ein Bestechungsgeld? Nein. Die Katze glaubt, dass das Gekritzel irgendwo hinführt. Folgt der Nase. Das waren seine letzten Worte, bevor er weglief. Wenigstens glaube ich, dass er das sagte. Okay. Muss ich jetzt daran schnuppern oder soll ich einfach nur der Nase folgen? Äh, achso, da geht's weiter. Okay. Einmal hier runter. Hier rein. Dann hier. Ist ja überhaupt nicht auffällig, ne? Mal direkt zwei Köpfe. Ich hätte es nicht sagen sollen, oder? Das ist gleich, wen ihr anbetet. Er will nur wissen, ob euer Kult vor kurzem angegriffen wurde. Willkommen. Unser Fürst nimmt jeden auf. Und ihr werdet der erste Kajid. Ihr werdet sogar der erste überhaupt. Fünf Kralle. Ihr habt die erfreuliche Fähigkeit, stets zu wissen, wo ihr Ras findet, wenn Ras euch braucht. Ne? Ah, aus diesen Perjita-Holzköpfen etwas herauszuholen ist, als wollte man Milch aus einem Stein pressen. Deswegen hast es Ras, sich mit täderischen Kulten herumschlagen zu müssen. Ich finde seine Ausdrucksweise immer noch absolut genial. Also das ist einer wirklich der bestgeschriebensten Charaktere in diesem Spiel. Ras, habt ihr euch bei euren Ermittlungen zu den Kulten eingefunden, der sich bei Meridia verschrieben hat? Eine interessante Frage. Ras hat erfahren, dass der Hof des Aufruhrs die Kulte angreift, die sich anderen Fürsten verschrieben haben. Darunter einen, der Meridia und Azura zugetan ist. In der Regel wäre es ja gut für Sommersend, wenn diese verrückten Kultisten sich gegenseitig umbringen. Doch das fühlt sich irgendwie falsch an. Ich muss mit einem Priester von Meridia sprechen. Das müsst ihr? Nun, Ras vertraut euch. Deshalb kann er euch von einer alten Freundin erzählen, die an Meridia-Zeremonien in der Grotte von Ettonir teilnimmt. Ras hält nichts davon, aber es ist ihr Leben, ja? Dieser wird sie kontaktieren und euch dann vor der Grotte von Ettonir treffen. Ich werde euch dort treffen. Ras hatte sowieso vor, sich nach Norden, nach Ettonir aufzumachen, sobald er mit diesen Perjite-Trotteln gesprochen hat. Um nach seiner alten Bekanntschaft zu sehen. Die Angriffe des Hofs des Aufruhrs auf die anderen Kulte waren besonders wild. Und dieser macht sich solche Sorgen. Die Zitschiker haben einen Mephala-Kultisten angefallen. Er sagt, die Fürsten wären im Krieg miteinander. Krieg? Das würde die Angriffe erklären. Ras ist kein Fachmann für daedrische Kulte, aber das klingt nicht nach ihrem üblichen Verhalten. Dieser dachte, dass sie sich gegenseitig einfach in Ruhe lassen würden. Es könnte sein, dass der Hof des Aufruhr den Kult Meridias mit seinem Angriff ausgelöscht hat. Das sind ja schreckliche Neuigkeiten. Nein, Ras weigert sich das zu glauben. Ras' Freundin ist zäh. Sie muss einfach wohl auf sein. Dieser wird losziehen und sie finden. Sich vergewissern, dass sie wohl auf ist. Dann treffen wir uns vor Ettonir. Bevor ich gehe, habt ihr noch etwas über den Hof des Aufruhrs herausgefunden? Ras hört Dinge. Er hat von Angriffen auf rivalisierende Kulte gehört. Er hat gehört, dass der Hof aus den Anhängern dreier unterschiedlicher Fürsten besteht. Und er hat gehört, dass vor allem Hochelfen die Mitglieder des Hofes stellen. Aber es eine Dunkelelfin gibt. Eine Dunkelelfin? Ist das irgendwie wichtig? Eine einzelne Dunkelelfin in einer Gruppe aus Hochelfen? Für Ras wirkt das wichtig. Außerdem scheinen alle sie zu fürchten. Doch dieser konnte noch keine Einzelheiten herausfinden. Wir sollten die Augen nach dieser Dunkelelfin aufhalten, ja? Das muss doch einer der Assassinen aus Wadenfell sein, oder? Ähm, trifft Ras bei der Grotte. Und zwar ist die Grotte hier oben. Da werde ich mich jetzt mal eben schnell hin aufmachen. Und wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich richtig laufe. So, wir sind gleich da. Jetzt müssen wir nur noch die Grotte hier drin finden. Die war irgendwo hier am Rand, soweit ich mich erinnern kann. Hier drüben, Fünfkrall. Das ist Ras' alte Freundin Sadarado. Sie ist eine Anhängerin Meridias. Aber nehmt es ihr nicht übel. Nö, warum? Ich hab ja schon mit ihr zusammengearbeitet. Sehr erfolgreich übrigens. Wir haben unsere Seele, also meine Seele, wiederbekommen. Möge Meridias Licht auf euch scheinen. Ras meinte, ihr müsstet Kontakt zu meiner Fürstin aufnehmen. Angesichts der jüngsten Attacken muss ich euch allerdings zunächst fragen, worin euer Interesse an Meridia begründet liegt. Wir brauchen Meridias Hilfe, um das Schwert Dämmerbrecher zu bergen und instand zu setzen. Meridias Schwert des Lichts? Ich weiß nicht, ob ich das verstehe. Selbst wenn ich euch helfen wollte, wären meine Bemühungen doch umsonst. Die Fürstin spricht nicht mit irgendwelchen Sterblichen. Dem Anführer unserer Sekte schenkte Meridia ihr Ohr, doch er fiel dem jüngsten Angriff zum Opfer. Meridia hat mir schon einmal geholfen. Sie wird sich an mich erinnern. Meine Fürstin hat euch mit ihrer Gegenwart geehrt? Das ist eine Geschichte, die ich gern einmal hören würde. Fürs Erste werde ich mein Bestes tun, um euch zu helfen. Aber der Weg zum Schrein ist gefährlich. Mephalas Kreaturen durchstreifen dieses Gebiet und nähren sich von meinen Brüdern und Schwestern. Sagt mir, wie ich den Schrein erreichen kann. Betretet die Grotte und sucht nach unserem Lager. Meridias Schrein ragt über allem dort auf. Ras wird mich begleiten und wir betreten die Grotte durch den Seitentunnel. Ich will nicht, dass ihr euch um mich sorgen müsst, während ihr euch gegen diese Kreaturen verteidigt. Hallo? Warum kann ich denn nicht auch durch den Seitentunnel gehen? Das wäre doch viel einfacher. Na gut. Wir treffen uns an Meridias Schrein. Ras hält das für eine schlechte Idee, Sadara. Diese will helfen, Ras. Vielleicht ließ Meridia diese genau deshalb entkommen, als der Rest der Sekte dieser angegriffen wurde. Ich halte das auch für eine schlechte Idee, Leute. Ich wusste, ich hätte sie da nicht reingehen lassen sollen. Das ist gemein. Ich wollte jetzt eigentlich keine Quest annehmen. Können wir die vielleicht nebenbei noch machen? Mal gucken. Die Diebesgilde schickt euch? An eurer Stelle würde ich da nicht noch tiefer reingehen. Die Finsternis kriecht an den Wänden von Eton näher entlang. Das Einzige, was ihr dort finden werdet, ist ein hässlicher Tod. Das und die Leiche meines ehemaligen Lehrlings. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das wird noch was länger dauern mit der Quest. Ich lasse die erstmal hier. Wir werden die dann später mal machen. Also wir werden auf jeden Fall alles durchquesten. Das verspreche ich euch auf jeden Fall. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe dieses Spiel. Es ist mein absolutes Favoritenspiel. Vor allen anderen. Weil hier hätten wir dann noch kämpfen müssen. Dann hätten wir da was holen müssen. Ich denke, das hieß, strecken uns ohne Waffen nieder. Oh Meister, was haben diese Bastarde euch angetan? Seht, was sie mit ihm gemacht haben. Sie haben den Schrein geschändet. Dieses Licht, es ist nicht natürlich, ja? Meridia, sie ruft nach uns. Meine treue Priesterin. Ein tapferer Soldat und ein mutiger Aufrührer. Tretet näher und badet in Meridias Licht. Warum spricht die Statue mit Ras? Sollte sie denn sowas tun? Ras, du hast doch schon gesagt, du hörst Stimmen. Das passt doch. Wie kann ich, Mensch, ich muss die wieder richtig amüsieren, Mann. Meine Anhänger ermordet. Mein Schrein entweiht. Die anderen Fürsten, diese sogenannte Triade, müssen für diese Schmähungen büßen. Doch ich spüre da eine Frage in euch. Sprecht, Champion von Kalthafen. Fragt die Fürsten des Lichts, was ihr sie fragen wollt. Euer goldener Ritter wurde gefangen genommen und sein Schwert ist beschädigt. Wir brauchen euren Rat, um es in Stand zu setzen. Sie wagen es, mein Gefäß zu stehlen? Jenen Helfer einzusperren, den ich entsandt hatte, um ihren abscheulichen Plan zu durchkreuzen? Mein Licht wird nicht verlöschen. Farbenspiel wird niemals eingenommen werden. Ihr müsst Darien Gauthier befreien. Darien? Das ist der Name des goldenen Ritters? Darien Gauthier aus Kalthafen? Ja, also wir wissen, dass er aus Kalthafen ist. Dann hat er dieses Schwert geführt wahrscheinlich damals. Ich bin mir nicht sicher. Mein Gefäß hält sich selbst für Darien Gauthier, einen einfachen berytonischen Krieger. Aber in Wahrheit ist es nur mein Wille und meine Kraft. Wenn eine Finsternis in eure Wirklichkeit eindringt, entsende ich Darien, um sie zu bannen. Ihr müsst Mephalas Reich betreten und Darien, den goldenen Ritter, retten. Was ist mit Dämmerbrecher? Kann er in Stand gesetzt werden? Nur mein Gefäß kann den Dämmerbrecher in Stand setzen. Nutzt den Dämmerstern-Edelstein, um Darien im Spiralstrang zu finden. Nun kehrt zum Ritenmeister zurück und sagt ihm, was ich gesagt habe. Halt! Die Triade wagt es, in mein Heiliges Reich einzudringen. Eine solche Beleidigung darf nicht ungesühnt bleiben. Die Triade greift euer Reich an? Meridia, meine Fürstin. Sie ist fort. Diese spürt ihre Anwesenheit nicht mehr. Ra's ist sicher, dass es der schönen Statue gut gehen wird. Lasst euch unterdessen von diesem an einen sicheren Ort bringen. Dass es der schönen Statue gut gehen wird. Ra's hat schon viele Dinge gesehen. Wehrhaie, fliegende Tiger, Wehrhaie, auffliegenden Tigern. Eine Stimme aus einem Licht? Königin Airen wird es niemals glauben. Wie groß ist denn der Ärger, in dem wir stecken, fünf Kralle? Seid ehrlich zum alten Ra's. Sehr groß. Die Daedrische Triade will den Kristallturm und sie greift die anderen Fürsten an. So viel Ehrlichkeit war noch nie gut. Wie bekämpfen wir daedrische Fürsten? Ra's schätzt, eine Armee könnte helfen. Eine Armee hilft immer. Doch leider hat Ra's nur selten eine Armee parat, wenn er ihre Hilfe am meisten brauchen könnte. Ich bin doch eine Armee. Der Ritenmeister wird sich etwas überlegen. Wir müssen nur Darien finden und das Schwert in Stand setzen. Und dabei muss man an Orte reisen, von deren Existenz Ra's nicht mal gehört hatte, bevor all dies ins Rollen kam. Nein, Ra's wird Sadara in Sicherheit bringen und dann tun, was er kann, um Sommersend und den Kristallturm zu schützen. Die Kämpfe gegen Daedra überlässt Ra's euch, ja? Kleine, feiger Kater, du. Ja, dann sammeln wir das noch schnell ein. Und, äh, wieso wird mir jetzt die Scherbe hier hinten angezeigt? Die ist aber nicht hier im Raum. Während ich die Scherbe einsammle und wieder zurück nach Atheum reise, müssen wir hier einen kleinen Cut machen und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.